Warum wir uns ausgerechnet für diesen Nikolaus entschieden haben? Nun, es ist ja fast der einzige Nikolaus, die anderen sind ja alle Weihnachtsmänner. Die Idee mit der Dose fanden wir besonders gut in diesem Jahr, weil dadurch natürlich noch mal ein bisschen Nachhaltigkeit entsteht und ein bisschen was für einen guten Zweck zusammenkommt vielleicht auch. Kleine Anekdote übrigens, da wir das schon seit vielen, vielen Jahren machen, hatten wir das auch in der ersten Bundesligasaison des SCP bereits die Nikolaus unseren Kunden geschenkt und wir hatten noch einige übrig und zu der Zeit hatte die Mannschaft des SCP vor den Spielen die Angewohnheit, immer einen kleinen Spaziergang zu machen, immer auf der gleichen Strecke. Da haben wir uns überlegt, gibt es für die Spieler Nikolaus? Und die sind wir auch alle gut los geworden, die wurden sehr gut angenommen. Nur einer, der sagte, ihr wisst doch, Leute, ich bin gläubiger Muslim und das mit dem Kreuz da drauf und so, da habe ich ein bisschen ein Problem mit. Aber der war leicht zu überzeugen dann am Ende, doch, weißt du eigentlich, wer das ist? Ja, nee, so genau nicht. Der kommt aus Myra, also aus Dembe, das ist ein Türke. Da war der Drops dann auch gelutscht und wir sind den letzten Nikolaus dann auch noch gut los geworden.